Hallo zusammen, hier ist der Mitch von den Enduro-Vibes und ich zeige euch heute mal den für mich härtesten Sturz in meiner Laufbahn als Mountainbiker. Tja, hundertmal gefühlt gefahren die Downhill-Strecke in Winterberg und an einem Tag hat es mich trotzdem abgeworfen. Ich würde jetzt mit euch ganz gerne mal die Geschichte in Zeitlupe analysieren und freue mich auch hier über rege Beteiligungen unten in den Kommentaren, um einfach mal zu schauen bzw. herauszufinden, wo der Fehler lag. Kann man mal ein Kissen an? Marcel, Marcel! So, genug gestöhnt jetzt hier, jetzt geht es aber wirklich in die Analyse. Ganz wichtig noch, schaut das Video bitte bis ganz zum Schluss, weil am Ende kommt nochmal echt der Knaller. Ja, sehenswert! Bis gleich! Mal sehen! 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 I'm the current zone.